weiter geht es mit kingdom come deliverance ich weiß leider nicht ob es schon abend ist es ist 17 uhr und ich dachte mir wir sprechen ihn einfach zusammen und schauen mal was passiert bevor ich irgendwas anspreche und löse irgendwas aus gelobt sei jesus christus ich will das diadem abholen ist es fertig ich halte mein wort natürlich ist es fertig hier bitte gott sei dank hast du den moldavit gefunden ohne ihn wäre es nicht halb so schön sehr schön gut dann warten wir gleich noch bis nachts weil wir wollten ja noch in dieses eine haus da hinten irgendwo aber im schuster genau dann werden wir das noch leer räumen in der hoffnung dass wir dann das ding finden die sporen die wir suchen dann geht es hoch zu stefanie stefanie können wir dann abgeben und neue sachen klauen wir sollten da noch irgendwas klauen für irgendwen ja beim schuster warten wir mal ich denke mal um eins wird er schlafen hoffe ich zumindest gehe ich von aus dann können wir vielleicht auch den kranken auf dem bett bestehen und ich sehe wir müssen mal wieder was essen komm jetzt lädt es wieder länger wer weiß wer weiß es lädt verdammt lange was ist da los hallo das hat jetzt aber wirklich lang gedauert wer bist du denn der gerber geh mal in dein bettchen gerber wir machen uns nackig hier kann man Apfel essen alles ausziehen wunderschön der gerber wohnt also auch in dem haus der gerber wohnt also auch in dem haus dann dann auf geht's dann auf geht's so da liegt jetzt der schuster hier das holen wir mal zu beklauen ja ja oh ja so noch ein bisschen essen hat ihn noch nicht gestirbt äh nee da sind sie doch oder sind die das ja da sie keinen geldwert haben würde ich sagen ja perfekt können wir uns jetzt anziehen hier noch den Apfel und das Brot essen und dann machen wir uns auf den Weg nach Teilenberg in Teilenberg werden wir dann endlich mal wieder duschen duschen baden uns baden lassen tschu tschu ja wir könnten auch beim Müller vorher noch abgeben wäre wahrscheinlich besser liegt ja auch auf dem Weg also von daher dringe hier unrechtmäßig ein in diese Stadt läuft ohne Fackel rum sag's ja nur ich werde immer angehalten wegen sowas konnte man Strafen zahlen so bis zum kleinen Gammelhaus links beim kleinen Gammelhaus rechts dann müssen wir jetzt langsam drauf zukommen ach stimmt wir müssen erst an der Pferdewaschstation vorbei ist da jemand? nee oh falscher Weg müssen da runter ist egal ob der pennt aufstehen eine Quest abgeben kannst jetzt nicht schlafen müsste mal alles laden was denn da liegt der da und ich sehe es nicht Moment ja doch er ist hier aber irgendwie möchte mein Spiel gerade nicht so gar nicht wir können ihn ja mal laden lassen vielleicht geht's dann dabei habe ich überhaupt nichts umgestellt und im letzten Part ging's in dem vorletzten auch oder war's nur im letzten? ich weiß es gar nicht jetzt kommt schon wieder so ein Mürz 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 Ladebildschirm ja ich hab ein Geräusch gehört aber es ist nichts passiert ah wunderschön Texturen sind auch geladen dann ist er ja jetzt vielleicht da hey aufstehen Simone wir müssen reden möchtest du nicht mit mir reden kommst du mit zur Tür dann kann ich dich da nämlich ansprechen hey hey wie geht es dir Hein du hast dir nichts zu suchen verschwinde komm mit na 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 wach denn jetzt muss er hin echt jetzt Also wieder laden. So was hasse ich. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn der NPC, den du anquatschen willst, vor dir wegrennt, weil er ja irgendein Problem mit dir hat. Mir ist aufgefallen, wir haben glaube ich noch nie geblutet. Ich frage mich echt, woran das jetzt wieder mit den Ladebildschirmen liegt, weil vorher war es ja nicht so. Und es kommt mir sogar vor, als ob die jetzt noch länger sind als vorher schon. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist. Ich stehe dich trotzdem. Einfach, weil ich es kann. Hoffe ich. Den Schlüssel, gib mir den Schlüssel. Das war wohl nix. So, die Axt kannst du behalten. So. Also nochmal. Hm. Unschön. Sehr unschön. So was will man machen. Einfach warten. Oh, die sind halt da schneller geladen. Was ist los mit dir? Hallo. Klotz. Ich wollte dich doch mal anreden. Äh. So. So. Das ist gut. Achso, jetzt muss er wieder... Wir brauchten hierfür so ein Set-Ding, dass man sagen kann, ich möchte jetzt klauen, zieh das Set an. Oder ich geh wieder normal los, zieh das Set an. Oder fürs Kämpfen. Das wär cool. Perfekt. So. So. Wer pennt hier? Und diesmal pennt sie hier. Komm schon. Drei Schlüssel hat die? Ja. Das Boot noch. So. In der Kiste war's. Wunderschön. Die andere Kiste machen wir jetzt auch auf. Die andere Kiste hin. Einfach nur um, äh, Dings noch ein bisschen zu skillen. Ähm. Ne? Ne? Ihr wisst schon. Das ist ja knapp. Oh. Äh. So. Essen. 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 Mehr essen. Oh. Brot macht aber dolle satt. Gut. So. Ich wollte mich noch einziehen. Drip, dirip, 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 dirip. So. So, 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 so und so. Hm. Ich hab ein Ziel für dieses Spiel. Also, nicht nur das durchzuspielen, sondern auch so kleine Nebenziele. Zum Beispiel 100k. Da schon mal ne Hausnummer in Kohle. Ich mein, das ist jetzt nicht irgendwie für das Spiel wichtig oder so, aber. Wär trotzdem schon cool. Wir können ja schon mal warten, bis es hell ist. Dann ist das mit dem Reiten auch schöner. Und wir müssen ja eh warten, bis unser Prinz sich da mal erhebt, damit wir ihm dann den Scheiß geben können. So, komm, hier. Reicht. Wird langsam hell. Damit sehen wir schon mehr. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Das ist jetzt auch noch. Ist nicht cool. Ist zwar dunkel, aber man sieht. Genug. Wir müssen da eh noch warten, bis er dann sich mal hochbequemt. Ist man jetzt hier lang oder da lang? Ja. Ich glaub, hier kommt die Pferdebäschanlage. Das ist ein schönes fahrzeug. Pas noch nicht immer. Oh, Herr Müller. Ich bin hier lang. Ich bin dieser. Deine. Ich bin hier. 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 Dann warten wir mal. Sowas ist halt nicht nervig, auch wenn das auf Screen passiert. Und wenn dann noch so eine lange Ladebildschirme sind, da denkst du ja manchmal echt gut. Wenn du jetzt aufs Warten wartest, gehe ich dann was anderes machen. Duschen, kochen, Köche waschen, sonst was. Und dann verkackst du es bei irgendwas. Und dann musst du wieder neu anfangen. Und dann fängt das Ganze von vorne an. Ich muss mal gucken, dass ich das im nächsten Part wieder hinkriege. Verstehe nicht. Ich glaube, das Spiel wird ja wieder auf Vollbild stehen. Warum ich mit meiner Maus auf einen anderen Bildschirm kann. Moment. Wir müssen mal kurz was gucken, dann könntest du nämlich da ran liegen. Ja, ohne Rand. Warum auch immer. Ah, das dauert lange, wenn wir das jetzt neu laden. Aber egal. Das ist mir wert, dafür, dass es dann wieder besser funktioniert. Das ist jetzt genommen. Hat er genommen. Dann haben wir nämlich nicht mehr so lange Ladebildschirme. Hey. Also, eigentlich. Vielleicht auch doch. Vielleicht muss ich die Grafik auch wieder einstellen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was dann noch so weg ist. Hier sind die Sporen des Schusters. Wunderbar. Für die bekomme ich ein paar Groschen. Hier, dein Anteil. So, der hat keine Aufgaben mehr für uns. Ich bin mir wundert, warum sieht denn der Regen jetzt so komisch aus, aber es sind die Kruppen, die hier runterkommen. So, Grafik wollte ich noch gucken. Äh, Einstellung. Grafikeinstellung. Wirklich. Fast. Hm. Sehr komisch. Na, ja, doch noch Teilenberg. Ja, wir können auch. Und wenn wir dann in Teilenberg waren, dann geht es wieder runter nach Ratei. Da müssen wir dann das für den Vagabunden abgeben. Das, was wir von dem Händler geklaut haben. Äh, das Lager, was wir gemacht haben. Ja. Wir müssen mal gucken, was wir da noch kriegen. Da haben wir noch x-tausend Sachen offen. So, und bevor wir zu Stefanie gehen, wollten wir ja erst noch, äh, unsere Sachen waschen lassen. Oh, was lädt immer noch so lange an. Sehr komisch. Ja, da muss ich offscreen mal noch ein bisschen gucken, woran es noch liegen könnte, beziehungsweise was sich halt wieder zurückgestellt hat. Weil sowas hier war da ja auch nicht, zumindest nicht so lange. Oder gucken wir jetzt noch mal schnell rüber, aber ich glaube, das ändert nichts. Niedrig will ich nicht nehmen, weil bei niedrig sehen die Pflanzen richtig scheiße aus. Nein, hoch geht nicht. Oh, Vollbild. Was anderes gibt's doch nicht. Ja. Hm. Wer weiß. Alles sehr komisch. Alles sehr komisch. Ich glaube, das ist mein Computer gerade im Hintergrund. Wer defrag macht. Ich bin an euren... Und was darf's sein? Ich brauche ein Bart. Und saubere Kleider. Du wirst es nicht bereuen. Also ich glaube, dass es daran liegt. Warte mal, ich bezahle nicht mal mehr für einfach nur, äh, Klamotten sauber machen? Ist schon geil. Ja, weil so lange hat das für gerade auch nicht so für so einen großen Partien gebraucht. Hm. Also wäre das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt. Verzeihung. Ja, manchmal bin ich blind. Und da hier nichts fertig ist und ich jetzt nicht noch länger euch warten lassen will und mich warten lassen will, würde ich sagen, machen wir diesmal einen sehr kurzen Part. Hallo. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder, wenn alles wieder funktioniert. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.